Was wir in unserem Übungsfall als nächstes machen, ist der Import von Debitoren und Kreditoren. Wir haben hier nämlich 31 Kunden und das ist doch sehr viel arbeitssparender, die zu importieren. Das machen wir im Buchhaltungsmodul. Gehen wir auf Datei. Import und dann Text-ASCII. Das ist eins der Standard-Datenaustauschformate. Einmal Klick. Jetzt fragt mich das Programm, willst du Buchungsdaten importieren, willst du Debitoren oder Kreditoren importieren? Ich will jetzt erstmal Debitoren importieren. Jetzt fragt mich das Programm, wo finde ich denn diese Dinger? Gehe ich auf den Durchsuchen-Button und gucke, ich habe das hier auf meinem Stick. Dann wird der Pfad hier eingetragen. Wenn ich das habe, weiter. Hier wird mir eine Vorschau angezeigt von dem, was in der Datei drin ist. Weiter. Was ich jetzt machen muss, ist das sogenannte Mapping. Ich muss dem Programm sagen, welches Feld aus der Datei soll es bei sich selbst wohin schreiben. Da markiere ich auf der linken Seite Feld 1 und auf der rechten Seite Kontonummer, weil das ganz offensichtlich eine Kontonummer ist. Wenn ich beides markiert habe, wird unten dieser kleine geschwungene blaue Pfeil aktiv. Da klicke ich einmal drauf und dann wird eingetragen neben Kontonummer steht jetzt Feld 1. Daher weiß LexWare, das was in Feld 1 steht, schreibe bei mir in das Feld Kontonummer. Markiere ich Feld 2 und Kontobezeichnung, weil das ganz offensichtlich eine Kontobezeichnung ist. Drücke wieder den geschwungenen Pfeil und jetzt weiß LexWare, Feld 2 schreibe in die Kontobezeichnung. Feld 3 geht auf Kundennummer und Feld 5 geht auf Firma. Wir haben jetzt ein Problem. Wir haben einen spanischen Kunden und der hat eine Umsatzsteueridentnummer. Die können wir aber ins Buchhaltungsmodul nicht einlesen. Dafür müssen wir nachher in die Fakturierung gehen und die Umsatzsteueridentnummer nachtragen. Hier gehen wir erstmal weiter. Dann bekommen wir eine Vorschau davon, was nach LexWare übertragen wird. Was bei Kontonummer steht, sieht aus nach einer Kontonummer. Was bei Kontobezeichnung steht, sieht aus nach einer Kontobezeichnung. Kundennummer ist Kundennummer. Kundennummer ist Kundennummer. Firma passt auch. Macht Sinn. Wenn ich das alles habe, gehe ich auf Fertigstellen. Jetzt werden die importiert. Wurde erfolgreich durchgeführt. Und jetzt, wenn ich weiß, dass ich diesen Vorgang später noch oft machen werde, macht es Sinn, ein Profil abzuspeichern. Aber nur dann, wenn die Ursprungsdatei immer gleich ist. Also gleich strukturiert ist. Wenn zum Beispiel nächstes Mal die Felder in einer anderen Reihenfolge sind, dann nützt mir das Profil gar nichts. Kann ich jetzt also überlegen. Ich sage mal Ja. Dann nenne ich das Hilde. Debi Import. Speichern. Jetzt gucke ich nach, ob die alle angekommen sind. Unter Verwaltung. Kontenverwaltung. Debitoren. Sieht gut aus, ne? Scheinen alle da zu sein. Okay, kann ich das hier zumachen. Aber, jetzt habe ich ja immer noch meinen spanischen Kunden mit der Umsatzsteueridentnummer. Atlas Aragon. Mit einer spanischen Umsatzsteueridentnummer. ES für España. Die muss ich noch eintragen. Das kriege ich aber im Buchhaltungsmodul nicht rein. Dafür muss ich in das Fakturierungsmodul. Wenn ich das in der Pro-Version mache, LexWare Pro, dann geht das. Weil da die Fakturierung und die Buchhaltung eng miteinander verbunden sind. In Financial Office sind die nicht so eng miteinander. Deshalb muss ich in die Zentrale gehen und in Fakturierung. Wenn ich in der Fakturierung drin bin, lasse ich mir die Kunden anzeigen. Gehe ich hier auf die Schaltfläche Kunde und klicke einmal auf Übersicht öffnen. Und da stehen sie alle. Dann nehme ich mir mein Atlas Aragon. Mache darauf einen Doppelklick. Ich kann, wenn ich Spaß dran habe, das Land eintragen. Das ist aber nicht unbedingt erforderlich. Und dann gehe ich hier auf der linken Seite auf Rechnungsstellung. Und trage die Umsatzsteueridentnummer in das vorgesehene Feld. Mache ich die Fakturierung zu und gehe wieder ins Buchhaltungsmodul. Jetzt hole ich mir noch die Kreditoren. Da habe ich keinen aus der EU. Da habe ich also kein Problem mit der Umsatzsteueridentnummer. Gehe ich wieder auf Datei. Import. Text ASCII. Ich markiere Lieferanten. Und weiter. Und jetzt wieder auf Durchsuchen. Jetzt suche ich mir die Datei mit den Kreditoren. Das reinziehen. Weiter. Jetzt bekomme ich eine Vorschau. Die sieht gut aus. Weiter. Und hier ist das Mapping sehr kurz. Ich brauche nämlich nur Feld 1 auf Kontonummer und auf Lieferantennummer. Feld 2. Konto Bezeichnung und Firma. Weiter. Da bekomme ich hier wieder eine Vorschau. Das sieht alles gut aus. Bei der Kontonummer steht eine Kontonummer. Bei der Kontobezeichnung steht eine Kontobezeichnung. Bei der Lieferantennummer steht eine Lieferantennummer. Bei Firma steht eine Firma. Macht alles Sinn. Fertigstellen. Dann saugt sich das Programm das rein. Vielen Dank. Erfolgreich durchgeführt. Will ich das in einem Profil abspeichern. Kann man machen. Ist nicht unbedingt notwendig. Und jetzt gucke ich, ob alle da sind. Verwaltung. Kontenverwaltung. Kreditoren. Vorgang erfolgreich beendet. Vorgang erfolgreich beendet. Vorgang erfolgreich beendet. Vielen Dank.